5 5 Und nun Ekaterina Sabu am Schwebebalken, an jenem Gerät, an dem sie auch eine Goldmedaille gewonnen hatte in Los Angeles. Bei den Weltmeisterschaften musste sie sich hier ihrer jungen Freundin Daniela Silivasch geschlagen geben. Kati ist nun schon sechs, sieben Jahre im internationalen Kunstturnen bekannt. Ein bisschen Probleme mit dem Gewicht hatte sie zwischendurch immer. Ein bisschen lang die Phase der Konzentration vor dem Abgang.